Mittlerweile sind sieben Stunden vergangen. Im Hintergrund ist die Alpspitze verdeckt von der inneren Höllentalspitze. Und wir haben jetzt hier die kleine Biwak-Schachtel erreicht, wo wir unsere Nacht verbringen werden. Lars ist schon wieder am Spielen. Aussicht ist saugeil. Aber wir haben uns entschlossen jetzt doch hier zu bleiben, weil zur Alpspitze dauert es noch mal drei bis vier Stunden. Also für uns wahrscheinlich sechs.